Einen wunderschönen guten Tag zu wünschen bei einer neuen Aufnahme hier bei Kena, Bridge of Spirits, genau auf der Bläse 5. Ja, Wahnsinn, ich habe das letzte Mal, habe ich ja gesagt, wieder ein bisschen off, 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 off habe ich da und habe ich, schaut, hier fast alles komplettiert. Ich war im Off, genau, und habe alles bis auf einen Hut und einen Meditationsplatz, ja, bis auf das habe ich alles fertig und warum habe ich die zwei noch nicht, weil die bekommen wir erst nach dem nächsten Post, dann automatisch, also automatisch, den Hut kriegen wir automatisch, da sind wir, den Hut kriegen wir automatisch und den Meditationsplatz, dort werden wir automatisch hinteleportiert, also, das kann man eigentlich nicht verpassen. Alles andere habe ich, fertig, ja, also jetzt brauchen wir wirklich nur mehr, ja, das Dorfherz, ja, da, 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 genau, die Dorfherzsachen, natürlich, weil da waren wir noch nicht, und natürlich da das Dorf selber, das Dorf selber, das ist dann der Abschluss, ja, alles andere haben wir. Und da oben am Berg, da müssen wir dann auf, am Beri müssen wir auf, aber angeblich gibt es da keine Collectibles, und die, was es gibt, kriegt man automatisch in der Story. Also, schaut recht gut aus, mittlerweile, finde ich, und ja, ja, ich habe mich jetzt schon hier hergestellt, hier geht es schon rauf, Richtung Dorfherz eben, und, äh, dann schauen wir, was wir als nächstes machen werden. Die Aufgabe, finde ich einen Weg in die Dorfherzhöhlen, und dort wird es uns jetzt hinverschlagen. Also, dann, auf geht's, und ab jetzt wieder Neuland für mich. Und da haben wir gleich wieder so ein Ding da, das ist ja, das ist ja was zum Offetzen, zum Offetzen, das machen wir gleich, und bekommen dafür nix. Bekommen dafür nix, nix ist weniger als nicht viel, nämlich gar nix. Okay, und deswegen, na super, ne, okay, na gut. Dann halt nicht, aber wir sind ja immer noch in, ja, das war immer noch Felder, also, wäre unlogisch, wenn da was gewesen wäre. Dann wüsste ich nicht, was das hätte sein sollen. Gut, äh, wir sind, Herr Roman, jetzt weiß ich nicht, ist da gleich ein Kampf, oder, oder, ich weiß nicht, wir werden, wir werden es gleich sehen, aber ich glaube fast nicht, ähm, da wird gleich die, 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 der, 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 der Bill Kaulitz wieder stehen, und dann werden wir mit dem reden wieder, und dort müssen wir hin, dann, ich glaube, da müssen wir hin, Ich weiß nicht, soll ich mich jetzt kurz ein bisschen umschauen? Zuerst, soll ich mich vorher ein bisschen umschauen? Wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Machen wir das? Machen wir das. Weil es wurscht ist, ne? So müssen wir, oh, oh, tschau, haben wollen, und bekommen, und kriegen, ah, Geisterpost. Ich, 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 ah, freu mich so. Jetzt haben wir schon, schaut euch das an, ich zeig euch was, wir haben jetzt schon, da, eins, zwei, drei, vier Geisterpost, können wir schon angeben. Wahnsinn, das machen wir dann auch gesondert in irgendeinem Bad dann mal. Aber eh bald, eh bald, da freu ich mich schon dann drauf, weil da werden wir dann sowieso irgendwann mal ein Dorf unsicher machen, und werden sich dort dann mal umschauen, weil da gibt es ja auch noch einiges zu sammeln. Aber jetzt mal, wie gesagt, ähm, jetzt einmal, äh, gucken wir da mal, ah, diese Räucherstäbchen, das ist auch so lieb, und sind, sollen das überhaupt Räucherstäbchen sein? Ich glaube schon, gell? So, äh, allerdings, was da ist, das ist, das gefällt mir nicht so, nämlich eine verdorbene Kiste, also eine verfluchte, da gibt es auch wieder zwei, in dem Kauf da, haben wir, so, äh, ich mag nicht, ich mag, aber mir bleibt nichts über, ich mag es gleich. Machen wir es, dann haben wir Ruhe. Was, Feinde Null? Was heißt Feinde Null? Oder, weil man es nicht weiß, äh, Feinde Eins, achso, äh, 15 Feinde muss ich besiegen, bevor die Zeit abläuft, fühlt mich gut, Messner. Na, das ist schon, krass, na, das, das geht ja fast nicht. Und da muss ich mich, ja, wenn die alle, ah, okay, aber alle auseinandersteigen, wie willst du das machen? Ja, das geht ja, ich hab schon wieder eine halbe Minute, na, wie soll das funktionieren? Da muss ich, da muss ich mit allen Tricks arbeiten jetzt. Nein, das, das, da muss ich mir, da muss ich mir eine Taktik zurechtlegen. 15 bitte, wie soll das? Okay, das ist, das weiß ich nicht. Wie viel macht eigentlich so ein Ding aus? Okay, auch nicht, wow. Boah. Nein, das muss ich anders machen. Das muss ich anders angehen. Das muss ich anders angehen. Die muss ich mehr zusammenkommen lassen. Na, okay. Gut, kommt die jetzt probieren. Äh, kommt die aber aufrägert, auch probieren. Aber ich probier's ein paar Mal. Da stell mir mal auf, auf jeden Fall, das machen wir mal. Das machen wir auf jeden Fall mal. Kriege ich da was dafür? Experience points, oder? Ja, nein, oder, oder, ja. Money, money, money. Nein, ich muss das, wieso ich da, wieso ich da am Gescheitern tun? Hm. Ah, jeden Fall ist einmal nur mit, das ist einmal fix, nur mit, mit, mit starken Angriff. Da brauche ich drei Schläge, okay. Okay, das sind gleich mehr. Aber trotzdem, das ist ein Wahnsinn, ne? Tup, ach gut. So, die sind drei, dann, okay, eins, zwei. Jawohl, wieder zwei. Einer, okay. Nein, hat's ja gar nicht, das ist unfair. Das war jetzt unfair. So, wieder zwei, komm. Zwei, eine Wannhütter sei, genau, das war gut. So, wieder, okay, 23, vier, 8 habe ich. Nein, das geht aber trotzdem nicht raus. Das wird trotzdem eng. Da haben wir wieder zwei, nein. Neine, zehn. Höfe. Na ja, ah, nein, das ist trotzdem. Ehen, wie denn? Aber, aber? Na ja. 14? Okay, nein, es geht doch, es geht. Ich muss, ich bleib da herunten. Weil die versammeln sich da herunten, wenn ich einen einzigen, okay, das ist machbar. Also, wenn ich da ein bisschen schneller bin, und das mit dem, mit dem Ding mach, okay, na gut. Dann los geht's, nur einmal. Und, und, so. Und weiter. Und so, und so. Und so, und so. Einen, komm, 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 komm. Aber sowieso, das da, nur den einen da. Und. Wenn ich konzentrieren werde. Ich muss mich ein bisschen, ein bisschen konzentrieren. Sechse. Sieme. Hallo, was? Eine. Okay, Zeit, technisch. Schaut's nicht so deppert aus. Ja. Zehne. Ah. Wölfe. 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 Ah, das dauert schon so lang. 13, 14, alles geht. Komm. 15, ich hab's. Ich hab's, oder? Ja, ich hab's. Okay. Ich muss einfach viel mit dieser. Ja, wow, super. Okay. Es läuft, es läuft. So, was hab ich da jetzt gekriegt dafür? Ich hab jetzt gar nicht aufgepasst. Also, ich muss erst, Affe. Ich muss erst schauen, was ich krieg. Weiß ich ja noch nicht. Das weiß ich ja noch nicht. Das erfahr ich ja jetzt erst. Okay. Hä? Na, super. Aber, jetzt wüsste ich muss es machen, ne? Nein, wiederholen wir es nicht. Gut, dann haben wir das auch. Haben wir das auch. Ah, dann haben wir schon mal eine Geisterpost auf eine Fluchte getrunken. Ja, okay. Dann, das ist doch eh nicht groß, der Bereich. Das ist dann gar nicht so groß. Da geht's schon wieder runter, ey. Da werden wir ursprünglich mal von der anderen Seite gekommen, wo wir gesagt haben, dort geht's dann. Ja, da muss ich hin. Da muss ich hin. Gehört das eigentlich alles? Das gehört eh alles zum Dorf. Ich weiß es nicht. Aber ich will ganz kurz trotzdem nur da schauen. Nein, das kann ich da noch nicht. Aber da gibt's ja sicher noch irgendwas. Da gibt's ja noch irgendwas, oder? Was ist da? Ist da noch irgendwas? Ich fahre jetzt ein wenig. Umgeschaut. Kann man da? Kann man nicht. Kann man nicht. Ja, puh. Von da kann man auch rauf. Okay, das war dann die die dritte Möglichkeit. Aha, da kann man wieder runter. Okay, da rutscht ich wieder runter. Da könnte ich wieder runterrutschen. Will aber nicht. In der Hoffnung, dass da unten nichts ist. Ich hoffe es. Da war dann, glaube ich, sonst dabei eh nichts. Brauche ich aber, glaube ich, auch gar nicht schauen dabei. Weil, wenn die, so lange die Versiffung da ist. Nein, dann schauen wir da um jetzt zuerst. Schauen wir da um einmal. Ist ja wurscht. So, wir haben neun Minuten. Und jetzt geht's eigentlich dort, wo wir hin müssen. Zum Eingang in das Herzl. War ich da oben schon? Was haben wir da? Das ist, wo ist das da? Komm ich da? Komm ich da? Ja, wirklich. Da komm ich auch her. Jetzt weiß ich aber nicht, habe ich das schon gemacht, oder nicht? Okay, nein, anscheinend nicht. Da kriege ich nur ein paar. Aber sonst ist das auch schon nix dann mehr. Okay, nein, wurscht. Ist wurscht. Ist nur zu pippen. Dann geht's da weiter. So, genau. Ich glaube, wir sind da richtig. Was haben wir da? Okay, eine Warperei. Eine Warperei haben wir da. Und jetzt, ja, sind wir eigentlich eh schon wieder fast da. Okay, ich habe die Pläne gearbeitet, also du solltest die Tür aktivieren. Danke, super. Super, machen wir gleich. Allerdings, ähm, schau ich da noch ganz kurz. Äh, ihr kennt mich. Ihr kennt mich. Ich bin ein Explorer. Ah. Ah. Okay. Okay. Wow. Okay, jetzt habe ich da was freigelegt. Jetzt habe ich da was freigelegt. Ah, da umme. So, ist das ein Blumenschrein? Wie war es? Oh Gott, ich betriebe wieder nicht. Es ist doch krank. Ja, ich weiß sie. So, aufhören noch. Ey, wieder inselben Fall auch gemacht. So, okay noch. Ah, okay. Hat, 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 hat doch. Ist sie da noch da gegangen? Habe das nicht geglaubt. So, jetzt sind wir da. Und da ist doch. Ah, Meditation. Medi, 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 Medi. Gut. Ich brauche Meditation, weil ich brauche einen längeren Balken. Oh, der ist jetzt schon wirklich lang, gell? Der ist schon wirklich lang jetzt mittlerweile. Ah, das tut gut. Und schaut euch bitte die Gegend an. Ist das schön da? Ist das toll? Oder ist das toll? Die sind so bewachsen. Normal schauen die Reisfelder so aus da. Aber die sind bewachsen mit Blättern und Laub oder was weiß ich. Aber so schauen Reisfelder normal aus in Südostasien. Da hast du wieder gescheitert aus, gell? In jedem Fall stöpare. So, was ist da? Ist da was? Ist da, ist da, ist da, ist da irgendwas? Nein, da ist ja gar nichts, oder? Da ist nur Meditation. Sonst darf er, ja, passt. Okay. Ja, jetzt muss ich den Schatz da wieder. Sonst funktioniert das nicht ganz. Da, da. Hallo? So, und, und so. So, und, schwupp. Ah, das geht's nicht. Oh, ich hab' ich glaub' ich glaub' das geht's ja nicht raus. Gut, da komm' ich glaub' ich von... Was war das jetzt? Ah, da komm' ich jetzt von der anderen Seite. Ich glaub' ich. Da komm' ich von da nicht. Oder? Oder? Oder doch? Nein, da komm' ich wieder zurück. Oh, ich hab' ich schon mal da zuerst. Wir haben eh... Ah, 13 Minuten haben wir schon wieder. Pfirten, ich hab' mich gemessen. Hätt' ich nicht glaub' das das so schnell geht. So, kann ich da... Ist was ist da? Wow, da bin ich oberer Freund. Das Blamal da um, das kriege ich von da nicht. Okay, dann... Okay. So, was, was, was hast du zu sagen? So, was, was hast du zu sagen? So, was, was hast du zu sagen? So, was hast du zu sagen? So, was hast du zu sagen? Where does this lead? The village heart. Energy flows from the mountain and gathers in a vast network. Adir and I found a way to collect and focus that energy. These caves were at the core of our work. Mhm. Jaja, das sind die blöden, seichtesten Ausreden, was es noch gibt. Oh, scheißen tust du dich. Weil du hast Angst. Du gibst zu. Ja, passt. Okay, gut, dann, wir wissen genug. Mehr will ich gar nicht wissen. Äh, ja. Da haben wir eh schon Wissen. So, was passiert da? Was ist da los? Was wird da gespült? Okay, dann komm ich da einmal rauf und mach, schauen wir da einmal. Ist wurscht, ich, bevor ich irgendwas anderes mach. Schau, aha. Ja. Ja. Was ist da los? Ah, aha, aha. Kisterl. Gut, gut. Ein Kistchen, was ist das wieder? Ist das eine... Seismisch? Oh, neue Zaubersteine. Schauen wir sie sofort an. Schauen wir sofort. Ähm... Da sind wir, wo, 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 da unten ist er. Bombenschaden mäßig erhöht. Ja. Ja, ich weiß, ich kaufe es einmal den Dreck. Aber, ja, ich... Ich tue fast nicht mehr mehr parieren. Ich tue fast nicht mehr parieren. Das ist das Problem. Ähm... Merke ich so. Oh, ich lasse das. Das ist fast am wichtigsten. Weil die Posse werden immer stärker und schwerer. Ja. Okay. Ähm... Dann... Gehen wir wieder runter da. Weil ich glaube, runter springen ist da nicht so dankbar. Obwohl... Da auch nicht wirklich. Oh. Oh. Okay, war... War gar nicht wurscht gewesen. War gleich hoch. Auf der Seite und auf der Seite. War schon wurscht. So. Was ist da jetzt? Was passiert da? Was passiert da? Was passiert da? Ähm... Weiß kein Mensch, was da passiert. Was soll ich da? Hei, da. Ähm... Weiß ja nicht. Ähm... Das ist ja da sicherlich ein Kapitator, oder nicht? Hä? Keine Ahnung. Jetzt... Ah, aber da ist auch... Da ist auch ein Knubbel. Oder muss ich... Moment. Moment. Ich stelle mich da mal drauf. Ich stelle mich da mal drauf. So, muss ich jetzt vielleicht... Muss ich jetzt das vielleicht auch machen? Ich probiere noch was. Ich probiere wieder mit dem Hund. So. Obwohl... Nein. Gar nicht da. Hä? Ah, das will ich auch schießen. Mess. Ah. Moment. Moment. Ah. Ich habe eine Idee. Ist das in der richtigen Reihenfolge? Oder beziehungsweise... Das. 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 Eins. Zwei. Und. Drei. Nein. Hä? Weiß. Bitte was? Da wird auch noch was sein, oder? Oder ist das nur... Ist schon wieder ein Rätsel. Ist schon wieder... Ist schon wieder ein Rätsel. Moment. Das ist doch schon wieder... Ich triff nicht einmal. Das ist doch schon wieder ein Rätsel. So. Hallo. Hallo. Habe ich am falschen Start geschossen, ich Vogel? Ich habe am falschen Start geschossen, ne? So. Das ist ja nicht zum Spaß, da. So. Einmal. Also, da. So. Einmal. Und das wird sein. Ach Gott. Ich probiere nochmal da. Ist da überhaupt eins drauf? Oh ja, da ist eins. Einmal. Okay, da muss... Was ist da überhaupt? Ah. Ah. Okay. Oh Gott. Ich weiß schon. Ich muss da alle... Ich muss da eins, zwei, drei, vier, fünf. Den muss ich wahrscheinlich treffen. Da muss ich jetzt einmal... Oh Gott. Na gut, da warten wir nochmal. Und da muss ich alle anschießen. Ich glaube, dass das so geht, oder? Aber das ist jetzt... Oh Gott. Das ist jetzt... Oh Gott. Das ist jetzt... Oh Gott. So. Da einmal. Dann... Also mal den auch gleich. Da dasselbe. Hallo. Hallo. Wieso? Du sollst... Das geht ja nicht auszeitlich. So und jetzt. Eins. Zwei. Ah. Nein, da war zwei... Da war auch noch einer. Wow. Also das ist... Gut, das hält länger. Das hält länger. Das hält extrem lang. Dann muss ich fast eh das zuerst machen. Okay. Ach. Entschuldigung. Da muss man erst drauf kommen. Da muss man wirklich erst einmal drauf kommen. So. Das. Dann muss man das gleich umdrehen. Da. Bis später. Genau. Und jetzt das. So. Und wieder. Und jetzt. Eins. Eins. Dann. Dann. Zwei. Dann. Drei. Dann. Vier und. Fünf. Ist das ausgegangen noch? Nein. Oder war das falsch? Das war zu langsam, oder? Das habe ich gesagt. Das muss ich zuerst. Nein, nicht. Bleib sein. Das muss ich zuerst. Okay. Ich hätte schon geglaubt, dass das jetzt richtig ist. Dann so. Dann so. Dann so. So. Jetzt. Eins. Dann. Zwei. Dann. Da sind es eh noch vier. Drei. Und. Vier. Nein. Das war falsch. Das war wieder falsch. Oder was? Was mache ich denn? Falsch. Ist da auch noch eins drauf, was ich drehen muss? Ah, oder da herrumpen das auch noch. Eins. Zwei. Drei. Äh. Okay, das waren dann vier, fünf. Eins. Zwei. Zählt das da? Ist unverstellbar. Irgendwas mache ich falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ich muss mir das zuerst. Das hält so lang. Das ist ja eins. Das ist eins. Eins. Dann zwei. Da oben ist eins. Drei. Ja, da ist ja nichts. Da oben ist ja nichts. Vier, fünf. Sind es fünf? Sind das fünf? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Eins, zwei, drei. Wieso sind da noch zwei? Da hinten ist ja nichts mehr. Ich hoffe, ich probiere es noch einmal, aber ich... Ah. Das ist ärgerlich. So, das einmal. Das einmal zuerst. So, dann da. Bam. Dann tue ich mir das gleich ein. Du. So. Jetzt das. Und so. Und jetzt. Eins. Und. Zwei. Und. Drei. Und. Vier. Ich hoffe, dass wir mit der Rechnung reiferig machen. Nein. Nein, jetzt triff ich nicht. Ah. Das ist Wahnsinn, ne? Ich weiß nicht. Wenn ich zumindest wisse, was ich machen muss, ist gut. Nur einmal. Einmal. So, jetzt. Hallo, du sollst. Du. Du. Nein, es wird wieder nichts. Wieder vertrückt. So. Einmal. Zweimal. Drei Mal. Jetzt habe ich das vergessen, wieder zu machen. Ach, geht's. Oh, also auf was musst du alles denken. Jetzt habe ich wieder vergessen, dass ich das umdrehe. Umdrehen. So. 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 Ich tue drei if, bitte. Okay. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal. Nein, wieder nicht. Das war auch falsch. Also. Was war ich denn falsch? Fällt da nur irgendwo einer? Oder gibt's da... Ah. Nein. Passt. Da sind die zwei. Also momentan ist, das ist, das ist jetzt wirklich eine Herausforderung für mich. Und wie viel sind das? Okay, da ist einer versteckt. Eins, zwei. Den muss ich anschießen, den muss ich anschießen. Den da da sind drei. Sind vier, fünf. Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Machen wir mal eine halbe Stunde. Geh, geh, komm. Geh, komm. Geh, komm. Die drei trauen wir ja sicher nicht. Die gehören zu dir, oder? Zur Türe. Die drei trauen wir ja sicher nicht. Entweder, entweder bin ich immer zu langsam, oder, oder, ich weiß nicht. Ich, ich, ich gib's auf, gell. Nein, ich, ich mag nicht nachschauen müssen. Ich mag nicht nachschauen müssen, bitte. Was? Nein. Nein. Nein, es ist, es ist falsch. Irgendwas ist da nicht richtig. Oder muss man da auf eine Reihenfolge anachten? Oder habe ich einen Zweng, aber wo wäre, sind das Sechse? Aber wo wäre dann der Sechste? Wo wäre dann der Sechste, wenn einer wäre? Oder muss man, muss man, muss man so zuerst, aber das ist, ist da irgendwas. Zwei, drei. Steh ich auf der Leitung, oder? Ja, das ist das, das stimmt auch nicht. Nein. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wie hat mir das angezeigt? Nein. Ich zeigte mir das ja auch nicht, oder? Ich habe mir das vielleicht angezeigt, was ich als erstes treffen muss. Leuchtet da einer? Nein. Leuchtet nichts. Ich meine, es ist sicher so, aber ich... Der Oman ist ja keiner mehr. Der Oman ist ja keiner mehr. Nein, ich stehe auch. Ich stehe auch. Der, den haben wir eh. Da muss ich den auch nicht, aber... Das ist sicher... Das ist sicher... Den muss ich sicher auch, oder? Dass der da nicht dazugehört, der da Oman. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich stehe gerade wirklich auf der Leipton. Ich probiere es noch einmal ohne dem, aber das Ding auch nicht. Dass es nur Viere sind. Ich hoffe, was war dann der hintere da. 1 2 3 4 5 5 5 5 Nein Ich weiß nicht mehr Ich muss nachschauen Sorry, ich muss nachschauen Ich stehe auf Wird da irgendwas gezeigt? Wirklich? Nicht wirklich? Es ist eine ungerade Zahl Normal gehört da ein Sechster Da herrüben Drei auf jeder Seite Normal Und das ist ja Da herrüben Da ist ein Ding Aber da Ist da vielleicht Ich habe schon geschaut Ich habe schon geschaut Da ist nichts Er ist da Und es ist nichts Ähm Ähm Vorher schauen Das bringt auch nichts Geh aus Wie ist es was? Wir haben eine halbe Stunde Ich schau nach Ich muss nachschauen Sorry, ich bin zu dämlich Wahrscheinlich ganz simpel Okay Seid meine Böse Es war schön mit euch Das nächste Mal Geht es hier weiter Bei keiner Also Wahnsinnsprogress wird es wieder Aber es kann noch besser werden dann Am nächsten Mal Wenn ich es weiß Also dann macht es gut Und bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss